hey leute und willkommen zum sechsten türchen des minecraft pvp adventskalender mit flori toby und mir und heute spielen wir den sogenannten range modus auf dem goma hd.de server und ja rachel sollte jeder kennt wenn nicht dann schaut euch vorerst videos an und ja gibt es sonst noch was zu sagen toby ja torben scheiße ich hoffe ihr habt bisher eine schöne sogenannte adventszeit nun wenn ich nach dem apptom da wirst du verlieren auf der bin ich gut wo ich mag die map nicht so wie der problem ist dass ich auf jeder map gut bin aber jetzt habe ich unten so eine scheiße java einblendung ja was wie wir beide erst mal vorbei werfen die ökste aber ich habe leider richtig ich habe unten so eine nervige java einblendung die kotze mich gerade an die gut meine leute ich habe dauerhaft standbilder java einblendung danke da war auch gekonnt der schluss mehr ich habe genau wo der schießende auf mich so ich sehe dich halt nein beton ich sehe dich auch du bist so ein urensohn türbiner der mich gedemütigt ich habe einfach nur noch 80 punkte ist das verschlecht immer noch mehr als ich ja du bist ja auch ein das ist schon wieder 130 punkte aber toby hat leider immer noch mehr als in der Fall so wie fast so sind die mit nur das nicht ich weiß auch nicht wie sich nicht getroffen aber ich war komplett verwirrt es gerade irgendwie ist bei mir alles stehen da war ich tot ich wollte er so schön lachen ich hab dich ich hab dich äh du hattest glück dass meine Axt irgendwie an der Decke abgefallen ich wurde gedemütigt älter nein boah das war ein skillshot ich will nicht sehen ich hab nur seinen laufweg erahnt ich finde das mit dem demütigen finde ich richtig behindert weil da kann man gar nicht sein richtiges Tom das musste ja jetzt sein weil du die ganze zeit geweckert hast äh Tobi ich hätte dich gerade fast gedemütigt ne ja ich weiß ich hab dich gesehen und dann sehr froh dass dieses Mistkerl von Spieler dich da wecke ich habe einfach 30 punkte ich war erster ja und jetzt wirf du auch noch deine Axt du hast du mir standpelt kannst du mal sterben danke ey alter ich hab dich gesehen wollte dich demütigen und dann war standpelt oh wort das war knapp Flo bleibt weg ich sag du bleib weg hä fuck ich weiß du jetzt siehst du gerade auf Toge und dann bist du tot so mann was ist denn los was ist denn los was ist denn los was ist denn bitte los wie oft werde ich denn so wie wieso lass mich doch ich wollte doch Flore ich war fast da er tötet er messert mich einfach komm schon longaxe oh alter dieses dieses boh spam wenn man ganz an einem dran ist es kotzt mich auch an weil jetzt sind einfach die die nicht mit diesem behinderten Messer umgehen können so wie ich jetzt gerade er hat einfach weil ich auf der 1.8 spiele sonst scheiß äh textur an seinem skin weil er hat kein skin ähm hä hä wenn man mit dem 1.8 spiel ey Torben hinter dir äh Flo sorry hinter dir boah alter ähm ey aber ich hab die achse noch ah ne Tobi du weißt schon dass meine Bundeskanzler kommen dass ich immer die Laufwege brauche ahne ja klar wenn ich sag hinter dir du Apfel ich ahne dir auch immer voraus ja aber weil du da um die Ecke kamst das sind das hat aber nichts ey Torben hinter dir da hat nichts mit ja Tobi ich weiß dass du hinter dem scheiß Augen stehst nein wo er wirft einfach alles um nein leck mich die ging knapp vorbei da ja ey das kann doch nicht sein das kann doch nicht sein ja Alter, wie wir in der Biddy stellen, ich hab 180 Punkte, ich wurde zählmal in dieser perfekten Runde gedemütigt. Thor, es ist Weihnachtszeit. Ja! Nein! Alter, dieser Schatz ist... Schatz ist... Ich seh den nie. Ich seh den auch nie. Du musst irgendwo kämpfen. Boah, du Miststück! Boah, ich war auf dem Hintergrund. Boah. Ah, der ist ganz oben. Der ist ganz oben auf dem Rand. Deswegen killt der immer alle. Ein richtiger Cheater ist er. Ja, ist auch so, Alter. Ey, Tauben, hinter dir. Hä? Boah, Junge, mach mich nicht paranoid. Ja, Standbild. Hä? Ach, ich werd von dem da oben... Ah, der ist runtergefallen, wärst ein Opfer. Oh, er hat mich trotzdem getötet. Erstmal gedemütigt, den Opfer. Den Opfer. Ja, deswegen hat der 900 fucking... Ja, cool. Tobi, dreh ich mal um, bitte. Null! Ich hab drüber geworfen! Ich war wirklich hinter dir, ist der Lustiger. Ich weiß, ich seh deinen Namen. Wow! Hi. Torben, bitte lächeln! Torben, bitte lächeln! Ja, ich hab durchgezogen. Ja, ich... Ich hab nicht gespamed. Torben, bitte lächeln! Hinten ist die Kamera. Torben, du kannst mich nicht paranoid machen. Echt nicht. Du bist dafür zu inkompetent. Torben, hinter dir. Nein, Tobi. Boah, ich hab diesen Cherches wieder gedemütigt. Wow! Boah, Mann! Wie... Wie behindert war die Runde? Ich hab einfach 345 verkackte Punkte. Merkt nicht. Jetzt wieder den Cherches gedemütigt. Ja, lass den mal richtig demütigen. Ich war mir jetzt die Äxte nur für den auf. Ich bin Tobi. Ach, Tor. Ja, Flo, wiederhole deine Aussage bitte noch machen. Ja, weil du da so mit der Axt kamst und auf mich geworfen hast. Ach so. Ja, das ist jetzt der Grund dafür, oder was? Hat ich die kurzahrend auch gezogen? Oder ist der? Ne, das ist Cybertron. Ich hab Standbild. Unfair. Ja, ja. Das war klar. Mann, ich hatte in dem Moment, wo ich... Ja, ich hab Standbild. Ich hab Standbild. Ach so. Ach so. Das Ende. Ja, ich dachte auch, dass bei mir lebt. Diese Runde war paumlich. Ey, die kann ich nicht hochladen. Hast du? Ja, ich weiß. Wir könnten ja eine dranhängen. Dauert ja nicht. Nein. Ja, lass noch eine dranhängen. Okay. Leider. Kannst du jetzt vielleicht ja die Folge doch noch gut machen. Ja, ich muss meine Ehre verteidigen. Ich muss meine Ehre verteidigen. Du bist jetzt ehrlich in eine komplett Leere gegangen, Torben. Äh, ja, die wird ja jetzt voll. Ähm. Ja, jetzt können wir ein bisschen reden und mich ein bisschen beruhigen hier. Weil ich gerade ja... Alter, aber wie ich dann auch so oft Torben zum Glück gedemütigt hab, ne? Ja Junge, das kotzt mich an einfach. Aber, ey Torben, ich hab dich kaum von hinten gedemütigt. Das musst du zugeben. Ja, ich weiß, weil es einfach richtig behindert war. Ich weiß auch nicht, warum ich so oft gedemütigt wurde. Ich wurde irgendwie 400 Mal in der Runde gedemütigt. Ich hab 200.000 Punkte daran verloren. Ich fand's cool. Tut aber auch irgendwie dreimal schon allein von Flogen. Ey Torben, mach mal bitte einen Ziel-Counter rein, wenn du dran denkst. Nein, ich mach keinen Counter mal. Dann denke ich nicht an, dass es ihm zu viel Arbeit ist. Ja stimmt, Torben, denk da nicht dran. Torben, ich hab leider versagt. Ich bin wieder falsch gesprungen. Hä, hier ist ein Ende des Samruns, oder? Ich seh das gerade gar nicht bei mir. Torben, ist hier das Ende? Ja, 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 aber ich bin hier wieder in den Balkon reingesprungen. Ja, aber ist hier das Ende? Ich weiß nicht, wo das Ende ist. Ach, du weißt, äh, kattest du oder nimmst du durchgehend auf? Oh, die Map. Ich nehm durchgehend auf. Okay, gut. Die Map, ey. Dann habt ihr jetzt die Gommel-Lobby gesehen. Oh, ne, aber das ist Torben gut. Ne, ich find die voll nice. Ich bin eigentlich auf jeder Map gut, du kleiner Penner. So, eine Demütigung jetzt. So, eine Demütigung jetzt. So, eine Demütigung jetzt, voll geilen Astronauten. Alter, Torben, ist das so ein Nimmer. Ja, ich hab first blood gemacht. Flo, ich seh dich. Lois, sagt Tor. Ich hab' nicht gesehen, wie der Pfeil geschossen, äh, oder? Tobi, seh dich, übrigens Tobi. Weil mal sehe ich nur so'n Pfeil in meiner Hand. Allöcheln. Nein. Die war aber scheiße geworfen, Torben. Lois, da ist ja hinter mir ein. Nein, das war ich. Okay. Aber hinterher war trotzdem einer. Danke für die Warnung. Ja, ich weiß, weil den hab' ich gesehen. Ich seh' schon wieder keinen. Warum? Warum seh' ich keinen? Erklär's mir, Tobi. Fuck. Ich hatte gerade auch keinen. Ich hab' nicht überkillst' Frieden. Ich bin tot. Ich bin tot. Boah, hat dich die Axt nicht getroffen? Du hast die doch noch nicht mehr geworfen. Lois. Ach so. Ich hatte dich davor schon abgeworfen. Ich bin einfach draußen, Tobi. Ich wurde gekickt. Ja, das sieht man. Für diese Lüge hab' ich dich bestraft, Torben. Boah, also witzig, ich hab' wieder 40 Punkte, das ist so billig einfach. Hm. Hm. Halt' die Fresse scheiße, Weihnachtsmann. Ich hab' dich gedemütigt, du Huru. Ja, hab' ich auch als erstes. Erstmal voll den Nikolaus demütig. Boah, den nennt ihr auch noch Nikolaus, ey. So ein richtiger Grundschul. Ey, weil das Nikolaus, Torben. Ist diese Folge? Ne, diese Folge ist die. Wow, war das schlecht. Doch, diese Folge ist Nikolaus. Echt? Ja, ist immer am 6. Video gespalten. Nein, ich wusste nicht, welcher Partner sie hießt. Oh. Ey, Flo hinter dir, bitte. War knapp, Flo. Ich möchte mich mit dir battlen. Mann, echt? Ich hab' auch wirklich keine Angst. Ja, danke. Ich krieg' die Krise. Ich krieg' einfach die Krise. Wie behindert ich heute bin. Ohne Wiss. Ohne Wiss. Man wirft seine Axt auch auf linksklick, ne? Jetzt hab' ich meine Axt verworfen. Nein. Doch, das hab' ich schonmal gesagt. Nein, ich hab' einfach meine Axt verworfen gerade vor. Ich wollte was abbauen, also so aus Spaß. Und hab' die dann einfach vor Wolle geworfen. So richtig. Torben, warum bist du gerade vor meinen Augen geschommen, du Huru? Ja, weil ich nicht. Dummer. Ja, da sagst du was. Bleib mal stehen, Flo. Nein. Nein, schlecht. Habe ich mich erschrocken. Das war mies schlecht. Ey, Flo, warte da bitte. Ich bin direkt wieder da. War mies mies schlecht. Ich bin bitte. Ey, Torben, warte mal kurz. Warte hinter dir, Torben. Nein. Flo, da bist du ja wirklich. Ja, aber Gott sei Dank bist du inkompetentes Toten. Schade. Na, du auch. Hä? 50 Blöcke von mir entfernt uns. Ja, Flo, ich war zwei Blöcke vor dir. Sonst, ich hätte dich locker gemessert. Du warst etwas leitet. Ja, aber ich war am Ende zwei Blöcke vor dir, du Spart. Nein, bitte nicht demütigen, bitte nicht demütigen. Wieso bleibe ich meine Axt so behindert? Hi, Tobi. Ich töte den so dabei, wo kommt ein Torben. Hä, wer spammt denn hier so durch? Alter, der Weihnachtsmann, was macht der denn? Nein. Nein. Ich wurde im letzten Moment vom Weihnachtsmann hochgeboostet, Torben. Sei so froh, ne? Hä? Sei froh, dass ich dich nicht gemessert habe, du kleine Miststück. Was macht der Liga? Tobi, Torben gekillt, musst du dich jetzt nacken? Nee, den hab ich gekillt mit meiner Axt. Ja, ich hab den aber auch gekillt. Ach so, easy. Oh, du hast bei mir ein bisschen rumgespackt. Scheiße. Ja, du bei mir auch. Ne, wirklich. Oh, Tobi, diese Runde ist dir gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Scherze, dass du deine erste Runde Rage-Mod mit... Wenn du gegen uns beide Camps gewinnst. Bei Zank habe ich jetzt Flo einmal gedemütigt. Hatten wir ja noch eine Rechnung aufgefloh. Passiert halt, ne? Tom, warte, ich seh dich, ich seh dich. Tut mir richtig leid für dich Flo, dass ich dich gedemütigt habe. Scheiße, jetzt kommt der auch noch ein. Hö! Miststück, ne? Du hast mich nicht gezogen. Ja, ich hab aber auch vor dich geschossen, ey. Ne. Wat will der denn schon wieder? Der in seiner Unterhose da, ey. Ich hab den Weihnachtsmann übrigens mal gedemütigt, nur weil der die ganze Zeit nur gespandt hat. Ja, das ist so ein Schwarzer. Und dann werde ich von hier gedemütigt. Gedefucking demütigt. Ganz locker, Torm, weißt du. Alle wissen, dass du normalerweise in Rage-Mode der Pro-O bist. Ja, komm da. Der hatte aber rote Haut, der Fisch. Wie war denn nochmal vor der Aufnahme? Ich wüsste jetzt auch mal, dass der... Hä? Ohne Witz, ich gewinn doch sonst immer. Was soll die Scheiße? Normalerweise, früher war ich ja auch noch gut. Boah, endlich. Ja, von so schlecht bin ich auch nicht in Rage-Mode. Ganz früher war ich ja der O. Also, da war ich ja unnormal. Ja, als ich die Folgen alle immer noch gemacht hab, da war ich richtig gut, ey. Ja, aber guck mal, als damals noch, bevor du deine Folgen gemacht hast, war ich ja unnormal gut. Dann hab ich halt ewig nicht mehr gespielt, dann wurde der Flo-Best... Ich werde jetzt gerade... Ich wurde... Als Kill. Was wurdest du... Also, als normaler Kill, ne? Ja, ich weiß, der hat... Wieso... Wieso... Diese... Scheiß... Digga, die immer... Die immer direkt vor einem schießen, anstatt zu messern, ey. Das kotzt mich an. Hä? Dann würdest du auch schon alle Waffen ausspielen. Bei mir lebt... Leckt's zwischendurch so mega. Ja, bei mir auch. Tschüss, Torben. Ich hab's doch... Wollte schon sagen. Ich wollte gerade sagen, wie ich treff den jetzt vor dir. Oh, das kann noch nicht sein. Was? Ich hab dich voll offen in deinen Scheiß-Head. Oh, ich hab grad abgeräumt. Ja, du gewinnst aber easy, aber... Das kann doch echt nicht sein. 995, komm schon. Daum. Gehe. Ahem. Naja, das war ja leicht. Alter, deswegen würd ich jetzt... Sorry. Weißt du was? Du bist so ein kleines Miststück. Du gewinnst sonst nie, ne? Und jetzt hast du einmal... Hä? Wieso sonst nie? Du hast noch nie gewonnen, wenn du gegen uns beide gespielt hast. Hast du noch nie gewonnen. Ich hab kaum gegen euch beide gespielt. Ich hab immer gegen Flo und da hab ich gewonnen. Die meisten sogar. Du gewinnst nie gegen uns. Gegen Flo schon. Jetzt hast du einmal eine kleine Strähne von Glück gehabt, ne? Und dann fühlst du dich direkt... Und gegen dich auch einmal mit Flo. Das hab ich sogar auf Aufnahme. War in derselben Map. Da hast du nicht gewonnen. Und du fühlst dich... Hab ich definitiv gewonnen. Weißt du? Ne? Du gewinnst einmal und da fühlst du dich direkt wie der King, als ob du alles könntest, ne? Wir gewinnen Jahre in diesem scheiß Spielmodus, ne? Und du gewinnst einmal und du bist die Größte. Okay, Tom, halt eine kurze Folge, dann können wir weitermachen. Und... Ja, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Ihr werdet es ja auch haben. Ich hab eine schöne Weihnachtszeit. Dein und Tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö